So, herzlich willkommen zu einem nächsten Let's Play League of Legends. Und ich nehme Caitlyn, wie versprochen, und diesmal sind es vier andere Premades, so Spasten halt, ne? Nein, Scherz. Ihr könnt euch vorstellen, wir könnt eigentlich aus zwei Perspektiven, die das Video sehen, das heißt... Nein, können wir nicht, warte mal, mein... das Frap ist weg, grad ab. Oh, Junge, jetzt haben wir das extra so gemacht, ey. Hä? Nicht, dass du hast verkackt. Ja, egal. Ich hab irgendwie meine Tasten geändert und jetzt geht das nicht. Ja, wenn ich jetzt so... Der hat extra ein Text geschrieben. Von vorne. Ich sag dir, wir sind schwach, wie hier alles nur, ey, es gibt's nicht. Stell immer ruhig, stell immer ruhig. Ey, ich bin bescheuert, ich stehe grad außerhalb der Base und wundere mich, warum ich mich nichts kaufen kann. Ja, super. Ey, geh ich jetzt mit, oder was? Ja, wer denn sonst? Ja, ich bin grad erst wiedergekommen, okay. Ja, eigentlich könnte ich auch mit dir gehen, aber das ist jetzt auch egal, weil ich Dings, äh, Headshot mehr ausnutzen kann. Ja, aber ja, Leute, ich kann, ich hab letztens in längerer Zeit nicht mehr Catelyn gezackt, aber es wird nicht so schwierig jetzt sein, denk ich mal. Es wird jetzt aufgenommen oder nicht? Ich nehm jetzt auf, ja. Fisch. Ey, du hast ja mal Smite genommen. Ach, du bist auch FG. Ich bin hier mit Dol. Geilertründer mehr. Wieso hat der jetzt Flash benutzt? Weil er ein Noob ist, ich weiß auch nicht. Ich weiß nur, dass er scheiße ist. LOL, natürlich, ich weiß nicht, was geht ab? Die zwei Leute, Tom und Alex, die spielen nicht mit, das sind einfach nur Leute aus meiner Klasse und die sind einfach gespasten halt. Ja, klar, ein bisschen gestört und so. Junge, Alter. Oh, nee, nicht Pantheon, Lux, Melfeld, Trinder, Meer und Rammus, das ist das schlimmste Team und die haben viermal... Ey, ist sie jetzt schon am Film? Ja. Wenn ich auch, wenn ich sag Herzlich Willkommen und so, dann ist es so meistens die Einleitung halt. Also nehmen wir jetzt auf, oder was? Ja. Ja, Digga. Ja, sagt es doch nicht extra. Ja, sag mal dein Kanal. Max, Süßer. Ey, das kann ich nachher geben. Ja. Okay, okay. Offiziell erlaubt, dass du es zum Schwuchteln erzählt. Boah, Marc, halt die Fresse. Ich hab dir was mit Schwuchteln verstanden, hat dir mich jemanden aufgelegt? Ja, äh... Keine Ahnung, ich seh's doch nicht, ich ist Spieler. Bäm. Oh, lech. Ja, ich gegen Lux. Nice. Aha, die rennen weg. Hallo. Hallo. Ja, klar, geblockt, ist logisch. Ja, grad wenn ich meine passive Headshot hab. Ja, heul. Ja, ich heul auch. Ich hoffe, ihr seid nicht jetzt alle auf den Desktop geflogen, das wär scheiße. Was? Was? Ja, weil ich grad wieder jemanden hinzugefügt hat. Wieso sollten wir in den Desktop sind? Ja, keine Ahnung, früher in dem Skype war das so, wenn jemand hinzugefügt wurde, ist man auf den Desktop geflogen. Oh, ich muss nur noch auf den Desktop geflogen. Oh, ich muss nur noch auf den Desktop geflogen. Thomas doch hier. Ja, halt. Alex, ruhig, bitte. Na, meine Homies. Oh, Frank, wie lange geht eigentlich euer Mensch? Ich hab ja keine Ahnung. Dreiviertelstunde circa. Ja, was? Ey, I'm a mystery. I love this. André, ich werd nicht vergisst. Ich hab das schon gesagt. Da haben wir, das war's nicht vergleichbar. Das war's. Ich hab's nie vergessen, ich hab's nie vergessen, das war's nicht vergleichbar. Ich hab's nicht vergleichbar. Ich hab's ja geflogen. Ja, aber dann sollte man ... Ah scheiße, das ist ein bisschen failverletzte ... Soll man vielleicht noch ein bisschen ... Soll man vielleicht noch ein paar Jahre nehmen ... wieso passt doch ja ja schon aber ich weiß nicht wenn es ein Carry oder sowas wäre dann wäre es vielleicht praktischer naja es geht wieder ja egal beste Version dann müsste ich warten Olli ey scheiß da oh mein Gott aber das ist schlimm bei Catelyn die hat echt viel meiner Probleme finde ich ey jetzt sehe ich erst das erste Mal ein Video wo es nicht aus meiner Sicht ist wo ich mitspiele geil ich weiß nicht was passieren konnte wann lädst du das an? brauchst du mal so 10 Jahre oder so so 3 Tage oder so bei dir dauert das immer voll lange naja ich guck halt also so jede Woche geschätzt in paar Leute vielleicht Paco ja ich hab äh eigentlich eh aber auch Schilder aus der Sicht von allen wir machen ja Marc du bist doch eh die ganze Zeit ja ich bin die ganze Zeit im Pilz aber was mit euch? mach mir Sorgen um euer Wohlergehen wer ich? ey Tom Junge hör auf es gibt Schläge ey ja FG du weißt das ist das ist voll hohes Risiko ne? ey ich glaub der ist AFK ich glaub der Jungl nicht das passt doch eigentlich war die noch da? ja aber die sind zwei kleine Golemsball nicht da ok und jetzt ritten reinbrennen hey dann check ich's aber nicht check ich's aber nicht check ich's auch nicht ich guck ah ja die Toren hab ich noch guck mal den Buff an oder so das war alles das Fail keine Ahnung ja geil und nicht dass du schierst haben Hellsehen? nein natürlich nicht ja ich nehm sicher nicht Hellsehen haha es ist schon da mehr aber der war low jo aber trotzdem aufpassen hey Niklas geht eigentlich da drüben in ne Turnhalle ab keine Ahnung ist immer Beleuchtung Jürike was für ne Turnhalle ja ich wohne direkt von einer der dründer mehr hat er kein Leben hab ich doch gesagt aber echt ey mal komm mal zu bitte einmal ey ein Game Hub ich sag der hat gesagt wo es dründer mehr nein der weh na weh na weh es ist Pantheon ja ich hab noch nicht dründer mehr nur das Spiel zu sehen wie es sein Ulti hat ja der kann auch gar nicht anders Spiel ich meine das hat so gesehen aber er kann schon ein bisschen Damage raushauen weil ich hatte doch alle ich bin doch eben allein schon fertig gemacht ich meine der war das Level 3 ist gerade oh oh ey meinst du schaffst den oben oi leider dründer mehr sei ich nicht hast du Ulti? nein wow fuck ich hab's gar nicht gemerkt sorry kein Problem ich kann den noch ein bisschen defensiv spielen kill den Yo nice nice guys yes one ich hau Trank rein beschützt mich auch vor Pantheon Good job oh nice oh toll hey seit wann seit wann wird durch Flash der Sudung ge-dingst? ich hab das an die ganze Zeit im Moment der Warte erst wenn er mich getroffen hat mit dem äh jump, bin ich gestunt, wenn ich vorher noch irgendwie weggehe es ist egal was er macht der jungelt nicht Evgeny ne der ist afk kann sein wenn Panthorn jetzt noch mal stirbt, da ist das echt schon nach ich weiß gar nicht, schafft man das überhaupt mit Ramos ohne Smite zu junglen? ich weiß es auch nicht, also mein Bruder jungelt ab und zu mal mit Ramos aber ich war da hat er Smite dabei, das bin ich dir sicher Mann, ich will meinen, ach, gehen wir auf den einen also, wenn der Grudel mit sich da ist, dann ist er auf jeden Fall afk ja, wenn der da ist, meinst du? ja, der ist afk, okay naja, soll das echt sein, ne? ja, ich geh mal einen Kurs bei mir, nur so einfach so für den anderen der ist eigentlich am wichtigsten, sag ich mal, für dich der geht nicht mehr lang wieso lachst du? ey, komm mal, ich schnauze jetzt unten komm mal runter komm mal runter ja, der hat Probleme mit der Störung geiler Gründer was geht denn mit dir? da ist der, da ist der, da ist der, da ist der Lol ja, was macht der denn? hä, wo ist der denn die ganze Zeit? ja äh, äh er greift dran? Flatt? ja, ich komm doch hä, ich dann check ich es aber echt, wirklich überhaupt gar nicht ah, hier, Melfit da, Melfit ja, komm weiter, Oli Niklas hey, hinter mir, hallo, hilfst du? ja, komm, kill den ey, ey, ey ist tot ja, ganz tot aber das ist auch tot, oder? ey, ich hab Gott aufgenommen, also, aufgenommen, ne? weiß nicht mehr, genau wir müssen, äh wenn ich mein Ulti hab, dann geht's ab ja, da kannst du von zu einfach mal so fokussend, dann geht's ja, was macht der denn, wie Johnny der weg? was macht der denn, der hat nicht ein Golem geholt? ich hab noch mal meine Ulti nicht da geht jetzt noch weg oder einfach nicht ne, der bleibt so noch nein, eben nicht, man doch, der Warte bis Ende 6 ah, ich dachte, es ist ja, ich hab Teleport, ich komm sofort zurück ach, ich hab sowieso keinen Mana ich glaub, der wartet bis Level 6, damit er direkt wieder herportt ja, also SS-Pantheon, einfach nur so mhm, ok ne, das noch da er sagt's doch, der wartet bis Level 6 ah, ne, ah, ne, jetzt ist er Level 6 ja, ich denk mal, jetzt ist er weg dann würde ich aufpassen, wegen seiner Ulti ja, ist er weg? ja, da ist er wahrscheinlich weg das ist Ulti, das heißt, wenn Trinder mehr gleich ranrennt dann kommt auf jeden Fall noch der Diner dazu jo wie hieß er nochmal? ach ja, Pantheon hey, jetzt wird nix junglen bestimmt ja hä, aber wo ist dann, hä? denn, der junglet nur die kleinen Mobs ja, Pantheon Riss, der kommt, ist angejumpt Ulti, äh, also Mana hab ich für Ulti also wenn Pantheon angejumpt kommt, bevor der Trinder hier erstmal ran gerannt ist ist sowieso fail oder so da kann man es recht gut merken, finde ich ja ja voll auf den Kolben, Digga also warum ihr euch wundert, ne, wundert der ja, der kommt, der kommt, der kommt was war? kommst noch weg ja und? weg bin ich ja hey, ich muss Level 9 werden, dann geh ich ab ha 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 richtig geprobt renn einfach lol, fail da kommt aber es war klar, aber der hat es gut platziert du kannst dann gleich mal hochkommen, dann kommst du ja, ja ja ja, ich bin Level 9, jetzt hat er zwei es ist dann cool ja jetzt ne Runde drin, kill oder so und Pantheon ey, ich geh mal weg ja, ich halt Marc, ist die mal aufkommen ja, auf, ich springe jetzt natürlich mit rein und erst Pantheon wahrscheinlich krieg ich den nicht mal gegessen, weil er auch ein bisschen zu viel Leben hat dann bekomme ich den kill, komm ja, FG, die mach Ulti dann komm, ja, Ulti auf Pantheon auf Pantheon ich komm, ja ja, was, was kommst du denn auf einmal? auf Pantheon ja, nice oh, schluss los, ist genau auf Ramos, nein jetzt halt fahrt nicht genug mana, sorry ich bin tot lol, lol lol ja, jetzt aber ja, jetzt hab ich genug mana für Ulti alter Ramos, man ey, warum hab ich wieder so gemütze Raga, aber oben ist dann ey, auf einmal kam Ramos Ramos mit Geist, Alter ja, Ramos mit Geist und dem anderen Teil ist richtig scheiße jo, aber noch passt es doch ja lol, wieso hab ich irgendwie nix so was gemacht ey, ich, ich muss mir Wards aufstellen, ey das fahrt sonst ey, wollen wir tauschen, wie klappt das? wir müssen mal viel ärgern okay sorry, boy ich krieg ja gar nicht gefarmt gegen dir ja, ey, wo, man ich wart noch eben 3, 2, 1, Gold Hallo, heyst du mal hier hier oben hier oben ich bin da mehr verarschen oder was ich kill, komm mal in Mitte Melfit ist da auch also, Malfito whatever wie auch immer ihr ihn nennen wollt komm 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 Melfit ich nenn ihn Melfit ich nenn ihn Melfit komm man voll die Ahnung wo ist denn hier ey, mach mal hin, Platini jetzt ist der erstmal tot ja, geiler Melfit zeig ich nur ja, Malfit bekommt all die Kills ja, was krieg ich die ganzen Kills ja, ist klar man lebt das noch mir bringt nix ja, ich glaub das kriegst du nicht mehr was hab ich denn bei uns im Pantheon füllen, Mann ja, ich geh ich hab bei dir nix zu tun ey, jetzt wartet doch mal warum wart ihr nicht beim Teamfighter auf mich ich wollt auch SDS haben und so, aber nein jo, Pantheon kommt geiler Pantheon sag ich nur versteckt aber ne, ich glaub der geht wieder weg wenn man macht Port oder irgendwas und sicher nicht hier entlang und wenn nicht dann ja, lass alle den Buschen dann auf den drauf ja, aber der ist tot go go warte, warte, warte ja, jetzt ist es zu spät doch, ich hab's zu spät doch, ich hab's zu spät komm, wie der euch fertig macht ohne mich was krieg ich die ganzen Kills, Alter wieso krieg ich mit Auto erzähl ich die ganzen Kills ja, holt doch nicht, so egal wer die Kills bekommt Hauptsache überhaupt jemand ja, man schreit nach, wo kommt keiner schreit Junge, das ist kein KS ich brauch nur Autoattack nein, ist doch egal ey, schaffst du dich was so los? ich sag, ach das nur gesagt haben alter, der ist dämlich lol, nice damage ey ja, komm der ist auch dämlich ja, komm der ist auch dämlich ja, la, hat nichts fehlt drüber, ne ich hält mal ja, mach das Mikro aus ja, mach das Mikro aus ja, hey, komm mach das Mikro aus ja, hey, komm geiler drin bei mir, Alter nein ich geh nicht mach das Mikro aus, wenn der kommt äh, wenn der kommt ja, wie soll ich das machen, Junge soll ich Desktop gehen oder was hast du nicht, äh Schalter hm, Schalter was für ein Schalter? ja, ein Mikro aus nein ja, nee, Pansion ist da, jetzt müssen wir weg wieso weg, bist du bescheuert? ja, wenn Pansion auf dich drauf springt, wenn du oben beim Turm bist ja und? und dann auch noch mit Lux ganz klar und dann noch meldet wir sind aber auch zu viert ja, ich kill mich so halber selber wir sind zu dritt wieso mach ich noch 65er, Fritz, was geht aber? ja, lass das sein lass den Tau unten in Ruhe, die kommen gleich an den Tau kriegen wir noch Daumen, wenn die weg sind, aber bis jetzt gehen die halt nicht weg ja ja geile Begründung lach nicht so behindert, ey, bitte ich denk an Mathe-Info heute hm ich geh topleveln ey, lass, lass ja lass die killen, warte oh, ich geh nie wir stehen da auch immer, die warten jetzt hier ich geh mal doch nen Panzer holen nein, die ist dumm boah ja, die ist dumm, die killen pass auf ihr seid auch immer oh mein Gott ich bitte Edwin Edwin ich dachte ich dachte ey, das geht mir scheiße für mich, man Tau Opfer Kommt, ich teile elpoze mich grad dahin ja ja, ich sterbe komm, kill den ja, geiler Pantheon sag ich ne ha Eiler Pantheon ja, ist klar, ich krieg gar keinen Kill ab ey, das ist noch Ding ja, ich scheiße, beschütz mich mal ey, Oli oh fuck, da war Fail was denn? ja, da, das ist hau op, hau op, was machst du, was machst du? was läufst du in die Richtung? Junge, ich sterb doch gar nicht, hol doch mal nicht rum du stirbst aber gleich guck, du stirbst jetzt oh mein Gott nein, ich sterb